Ach, wie gesagt, guten Morgen, heute am 18. Juni 2020. Wir haben 8.30 Uhr, wir haben 24 Grad, wir haben keinen Wind, wir haben auch keine Wellen und wir haben wieder blauen Himmel und die Sonne lacht. Ja, das ist doch das schönste Wetter. Und Höchstwerte heute um die 29.30, tiefstwerte waren es heute 20 Grad. Und Wassertemperatur müsste jetzt so fast 22 Grad sein. Und ein Geburtstagsgruß haben wir heute an meinen Freund, an den Gepard, auch viele genannt. Ja, viele liebe Grüße hier an dich und natürlich deine Familie und vor allen Dingen viel Spaß beim Feiern heute und bei deinen Unternehmungen mit deinem Caravan. So, und jetzt genießen wir hier die Wellen, das Rauschen und das Licht. So, und mit diesen Bildern werde ich mich dann auch verabschieden, so wie höchstwahrscheinlich gleich meine Batterie. Bis morgen und hasta mañana.